moin moin leute hier ist wieder euer uhr ein video von euer uhr für euch also ich wollte euch mal zeigen diesen stuhl den ich ungefähr seit drei monaten habe in meiner lieblingsfarbe und der ist ich filme mal ab für euch der ist aus kunstleder habe ich ungefähr 130 euro gezahlt und man kann sehr bequem drauf sitzen bin auf dem stuhl schon mal eingeschlafen super qualität schön weich schön also nicht mehr so zieht gut verarbeitet man kann die höhen verstellen so wie bei jedem stuhl man kann weil ich habe es so richtig sieht man jetzt hier sieht kann man diese lehnen hoch und runter machen auf beiden seiten ich habe ich habe immer ganz oben die seiten lehnen oder armen lehnen wie man auch nehmen will und diesen stuhl werden verlinken wenn ihr ihn auch gerne haben wollt es ist ein guter stuhl auch nicht so teuer fand ich super und dann auch meine lieblingsfarbe gelb alter wow 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 nur beim zusammenbauen dort die eine bei rückenlehne hier links und reicht bei rückenlehne hatte ich bei einer schraube ein klein bisschen probleme da die wollte nicht so ganz aber dann hat alles geklappt das kissen hier oben geht auch wenn man rückenprobleme hat so wie ich funktioniert das auch super und der stuhl ist einfach nur bequem bequemer als mein alter stuhl das so richtig blieger war und ich sag nur das war der stuhl den ich euch mal zeigen wollte kurzes video aber besser als gar kein video und jetzt heißt das haut rein bis denne ich hab euch lieb und auf wiedersehen dann 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 Vielen Dank.